Und damit begrüße ich euch in der Folge Super Smash Bros. IT-Mate. Die ersten ungefähr 9 Minuten des Parts sind nachkommentiert, weil ich habe den Part ursprünglich zu der Zeit aufgenommen, wo ich noch ziemlich krank war und deswegen habe ich halt mehrmals gehustet und das hätte sich nicht so schön angehört. Und deswegen dachte ich mir so, okay komm, du brichst die Aufnahme des Parts jetzt hier ab und machst das irgendwann nochmal neu, wenn du wieder gesund bist und kommentierst das hier einfach nach. Und da bin ich jetzt hier, sitze jetzt hier und kommentiere das nach. Wir fangen an mit einem Kampf gegen Nash hier im Abenteuer-Modus. Und ja, mal gucken, wie das hier wird. Das war der falsche Geister, wo ich kein Alu-Kart sehe. Dem wollte ich ja levin, stimmt. Ich habe ja letztens, ich habe eben einen Part aufgenommen, da habe ich mich wieder voll vergessen gehabt. Das passiert halt, wenn man seit Ewigkeiten das Spiel nicht mehr spielt. Weil es ist wirklich ein Monat her ungefähr, dass ich diesen Part hier aufgenommen habe, diesen Part-Teil. Und ja, das ist relativ doof eigentlich, aber egal. Ähm, gut. Dann gucken wir mal, wie ich diesen Kampf hier abschließe. Es ist ein KP-Kampf scheinbar. Smash Bros. nachzukommentieren ist auch so einer der undankbarsten Aufgaben, die es eigentlich gibt. Weil, ja, das ist halt so eine Sache, das lebt davon, dass ich es live kommentiere. Weil halt, weil ich live irgendwas mache, weil live irgendwas passiert, wenn ich hier mal das angucke, wie ich das hier spiele, dann, ja, ist das halt irgendwie ein bisschen, äh, wenn ich so ein Spiel wie meinetwegen Sinoplate oder so, ähm, nachkommentiere. Oder Dragon Quest oder so, ist das halt alles noch voll okay. Weil das ist halt ein Spiel, wo ich während des Spielens auch einfach irgendwie irgendeinen Stuss rede. Und hier konzentriere ich mich eben voll aufs Gameplay und rede deswegen über das Gameplay. Bei Dragon Quest, äh, halt zum Beispiel auch, aber auch über die Story, die gerade passiert oder über irgendwie andere Sachen, über die Charaktere oder die Umgebung und was weiß ich. Und, ähm, die wir gerade bekämpfen, all sowas. Und dann halt auch so ein bisschen Off-Topic-Zeugs. Und hier bin ich halt größtenteils auch teils Off-Topic, aber halt auch gleichzeitig, ähm, voll mit drin. Weil ich mir halt irgendwie überlegen muss, ja, was, was mache ich jetzt hier? Wie, wie, wie sage ich das jetzt hier und so? Wenn ich das live kommentiere. Und wenn ich mir gerade noch mein Gameplay angucke, ist das halt nicht so spannend. Das ist spannender, sich einen Dragon Quest Part nochmal anzugucken oder so, und den nachzukommentieren. Aber was soll's. Ich mache jetzt hier gerade jedenfalls meine ganze Abenteuer-Tuppe-Vattel-Scheinbar und schicke die wieder auf Erkundung. Das sind halt auch die spannenden Sachen, die man sehen möchte. Normalerweise könnte ich das auch rausschneiden, aber das macht sich jetzt doof mit dem Nachkommentieren. Ist ja wirklich so. Es ist da ein bisschen ungünstig, das zu schneiden, so. Weil ich's irgendwie halt, ähm, während dem, äh, gucken jetzt machen müsste. Und das ist halt nicht so gut irgendwie. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, wie ich hier meine Geister einstelle. Ist ja jetzt auch nicht die schlimmste Qual ever oder so. Es geht ja auch schnell, meine ich halt. Aber trotzdem muss man das nicht unbedingt sehen, finde ich. Weil wir haben's oft genug gesehen. Ich hab's auch oft genug rausgeschnitten. Immer mal wieder kann ich's drin lassen, aber egal. Ich will da jetzt wieder drauf rumreiten. Wir machen das einfach jetzt so. Ich lass es drinne. Und dann kümmern wir uns gleich wieder um spannendere Kämpfe. Und kommen hoffentlich weiter. Wir können ja gerne mal in den Kommentaren schätzen, wie lange ich für den Story-Modus, oder den Abenteuer-Modus noch brauche. Das ist ja kein Story-Modus. Und auch, wie lange ich allgemein noch für das LP brauche. Ich weiß selbst nicht, was ich alles noch zeigen möchte. Also auf jeden Fall wollte ich ja noch im Singleplayer das Turnier zeigen und noch irgendeinen Modus. Und dann wollte ich noch ein paar Online-Parts machen. Vielleicht zwei oder drei Online-Parts. Und dann wollte ich noch definitiv einen Part machen, wo ich so ein paar kleinere Modi zeige. Keine Ahnung, irgendwie nochmal den 100er Smash oder so. Auch mal das Training, wie das abläuft. Vielleicht auch mal einen eigenen Mii-Charakter machen, weil das haben wir ja auch bisher nicht gemacht oder so. Aber das kann man alles in einen Part packen. Und dann wollte ich noch ein Part machen, wo ich so ein bisschen durch die Truhe scrolle und gucke, was es da alles gibt. Oh, Magnus, das Kid Icarus sehe ich hier gerade. Cool. Ich habe Kid Icarus letztens sogar nochmal angefangen, aber dazu gleich mehr. Jedenfalls, ja, so ein Part wollte ich irgendwie noch machen, aber mal gucken, wie es am Ende des Tages wirklich mache. Ich weiß es nicht genau. Es ist jedenfalls, ja, bald vorbei. Aber ich habe es auch in einem nächsten Part nochmal gesagt, wenn dann die DLC-Karakter kommen, gibt es natürlich noch Parts dazu. Aber dazu sage ich im nächsten Part, aber im übernächsten Part oder das noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht sogar, glaube ich, auch in dem hier. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher entweder in dem oder am nächsten Part. Vor allem hat sich Icarus selbst umgebracht. Aber ja, Kid Icarus Uprising habe ich damals, als das Spiel rauskam, durchgespielt von 3DS. Ich fand es auch ziemlich cool. Und jetzt vor kurzem dachte ich mir so, du bist krank und du hast Bock, ein bisschen 3DS zu spielen. Fang das Spiel doch nochmal an. Und ich muss sagen, ich finde es auch immer noch cool, aber ich finde die Steuerung so seltsam. Hier ist komplett komisch. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler da gedacht haben. Da spielt es doch glaube ich sogar auch von Sakurai, oder? Moment, das will ich mal ganz kurz googeln. Jedenfalls, ich frage mich, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Es ist halt so komplett seltsam. Also das spielt sich einfach, genau, Designer, was sagt hier Sakurai? Es spielt sich einfach komisch. Ich mag das Spiel prinzipiell echt gerne. Das ist auch cool. von der Story her und wie Pit und Palutena und so und allgemein alle Charaktere miteinander reden und interagieren und so. Ich mag Magnus auch ganz gern, aber es ist halt einfach, die Steuerung versaut es mir ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich teilweise halt wirklich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Aber man merkt auch, wenn man das Spiel spielt, dass es von Sakurai ist, weil es gibt da auch, wie hier in Smash Bros. eine Auswahl von Schwierigkeitsgraden so und alles. Es ist halt auch allein vom Aufbau des Menüs her so voll Smash Bros. Also man merkt schon, dass da Sakurai dran gesessen hat. Das ist definitiv ähm, die Sache. Deswegen, es ist schon cool. Ich mag das Spiel ganz gern. Definitiv eines der coolsten 3D-Spiel, aber es ist halt wirklich vom Gameplay her ein bisschen seltsam. Vielleicht muss man sich einfach dran gewöhnen, aber äh. Könnt ihr gerne auf die Switch porten und da besser machen. Dankeschön. Ist ja genau so eine Sache, wo man sich auch dran gewöhnen muss, die Steuerung von den DS-Zeldas. Konnte ich mich auch nie dran gewöhnen. Also bei Final Hourglass noch weniger als bei Spirit Tracks. Bei Spirit Tracks war es schon besser, aber ich mag die prinzipiell die Spiele. ich, ich, vor allem Spirit Tracks mag ich echt ganz gern, aber ich hasse halt die Steuerung einfach. Es spielt sich einfach unpräzise und ich hab oft das Gefühl, dass ich irgendwas machen möchte, aber Link es nicht ausführt, so wie ich's möchte. Das ist halt einfach das Problem, wenn man die Steuerung komplett auf den Touchscreen ausgelegt. Ich meine, das macht Kid Icarus nicht, aber halt so halb irgendwie. Deswegen, das macht man nicht. so ein Zelda, muss man mal Knöpfe spielen. Oder mit einer Wii Firmation geht's auch besser als mit einem Touchscreen. Es ist halt so. Skyward Sword und auch Twilight Princess haben sich besser gespielt auf der Wii als die DS Zelda. Ist aber egal. Jetzt ist meine Aufnahme hier vorbei und dann sehen wir uns jetzt gleich im Live-Kommentierten wieder. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, und ab jetzt ist wieder alles live. das letzte Mal aufgenommen habe ich vor ungefähr, boah, lass mich lügen, einem Monat, da ist der Versuch entstanden, was aufzunehmen und das hat nicht wirklich funktioniert und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, die 10 Minuten waren es ungefähr, die du jetzt aufgenommen hast, die lässt du, nimmst das Kommentar nochmal neu auf und machst dann irgendwann, wenn es dir wieder gut geht, den Part nochmal neu und dann ging es mir halt wieder gut, aber ich hatte nicht unbedingt die Lust zum Aufnehmen und deswegen, ähm, ja, kam dann lange nix und jetzt bin ich wieder da und ja, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt jetzt alles schon war, wo ich hin muss und sonst was. So lang ist das alles her und ich weiß auch immer noch nicht, wie das hier jetzt ist mit Licht gegen Dunkelheit, ob man jetzt hier irgendwie aufpassen muss oder so, weil ich eben den letzten Part halt, äh, vor so langer Zeit aufgenommen habe, ich habe doch immer sie bei, bei Schwert genommen, oder? Ich glaube, ja. Oh, jetzt hier eine neue, neue Stärkere als ihn hier. Guck mal, der hat auch drei Slots. Das ist, der hat sogar Lauframme als Fähigkeit dabei. Habe ich immer sie genommen? Ich glaube, ja. Wir nehmen sie einfach weiterhin. So, ich weiß auch gar nicht, ist jetzt hier was Spezielles gewesen? Ah, Ausdauersmash, okay. Dann nehme ich halt mehr Ausdauer einfach mit. Gut, ich muss auch wieder hier reinkommen, die ganzen, äh, Smash-Camp für Story-Modus. Also, ich habe jetzt schon einen Part aufgenommen, den Klassik-Part vom letzten Mal, um halt wieder ein bisschen reinzukommen in Smash-Pros, aber, äh, ja, trotzdem ist das jetzt alles hier noch ein bisschen anstrengender, sag ich mal, wieder reinzukommen. und auch, ähm, das Kommentieren von Smash-Pros wiederzulernen, weil Smash-Pros ist halt einfach so, ähm, das kann ich nicht so kommentieren, wie meinetwegen in Xenoplay 2 oder so, oder einfach so ziemlich jedes andere LP hier auf dem Kanal, weil ich da jetzt viermal drauf achten muss, was ich mache. Ich muss vorher jetzt hier aufpassen, okay, äh, wie kämpfe ich hier, wem bekämpfe ich hier, was mache ich hier, wie springe ich hier, wo schlage ich drauf, wie schlage ich und alles. Und meinetwegen in Xenoplay kann ich einfach so durch meine Kämpfe durchlaufen und, ja, halt die Gegner ein bisschen weghauen. Oh, Isaac! Da haben wir ihn doch. Den, den alle für Smash wollen. Ja, da, da ist er endlich. Und wir haben ihn auch für Smash bekommen, aber als fucking Helfer-Trophäer. Mann, ey. Ich hätte das einfach so abgefeiert, wenn er auch ein Kämpfer geworden wäre. Wobei mir vielleicht Felix noch ein bisschen lieber gewesen wäre, einfach weil Felix mehr Persönlichkeit hat als Isaac, aber egal. Das ist jetzt gar nicht Thema. What the fuck? Ah, das ist er. Ich habe ihn noch nie als Helfer-Trophäer gesehen. Das ist cool. Er macht so ein bisschen jetzt hier die Meisterhand quasi, aber, ja, das ist halt die Synergie aus Golden Sun. Verschieber und sowas. Ich habe Golden Sun noch nie durchgespielt, muss ich gestehen. Und, oh, die Musik ist so geil. Das ist Felix bei der Sieben und dann wechselt es zu dem Final-Boss-Team aus Golden Sun 1 oder 2. Ich kann die beiden Tracks nie auseinander halten, deswegen, bin ich dumm. Deswegen weiß ich nicht, welcher von beiden das ist, aber das ist so geil gemacht, einfach ich liebe diesen Remakes. Ja, Golden Sun, ich habe Golden Sun noch nie durchgespielt, außer Teil 3, als ich halt noch relativ klein war. Ich weiß aber so ziemlich nichts mehr von Teil 3, bloß, ich fand das Ende als Kind scheiße. Ich habe halt als Kind so RPGs wie Dragon Quest 8 neu gespielt gehabt und da war irgendwie halt immer so ein cooler Antagonist und irgendwie halt einer, der so Motive hatte und irgendwie irgendwas war in Golden Sun 3 der Fall, dass der letzte Boss irgendwie komisch war und irgendwie der halt keine wirklichen Motive hatte, böse zu sein oder sowas in die Richtung und das fand ich schon als Kind irgendwie dumm. Oder irgendwas war, dass der Boss gar nicht richtig böse war. Irgendwas war da und das fand ich als Kind irgendwie komisch und deswegen hat mich das an Golden Sun 3 genervt, aber ansonsten habe ich das Spiel als Kind geliebt, weil es eben genauso cool war, wie halt auch so ein Dragon Quest 9. Ich konnte es mitnehmen auf dem DS-Spiel unterwegs und das habe ich als Kind einfach voll fasziniert quasi mit. Weil ich halt einfach, ich kannte Dragon Quest 8 und kannte es halt, als man solche Spiele zu Hause spielen konnte aus den APGs und dann kommt plötzlich Dragon Quest 9 und du kannst das Spiel mitnehmen und dann bekomme ich noch so ein Spiel mit Golden Sun 3, was man auch so mitnehmen kann. Ich habe halt Golden Sun 3, als ich mit einem Freund und meiner und seiner von mir im Urlaub war, bloß in einem Laden gekauft, weil wir beide halt Dragon Quest 8 mochten und Dragon Quest 9 auch und uns dachten, okay, guck mal, das Spiel ist so ähnlich wie das scheinbar vom Cover her und auch was auf der Rückseite steht. Das ist bestimmt cool, deswegen, nimm es mal mit. Und dann habe ich es mitgenommen, mir gekauft und ich fand es halt echt großartig damals. Aber ich weiß halt wirklich fast nichts mehr davon. Ich weiß nicht mehr irgendwie, wie die Story verlaufen ist oder so. ich weiß kaum mehr was. Deswegen, ich freue mich darauf, irgendwann die Golden Sun Serie mal zu let's playen. Ich weiß nur, dass von allen Fans der zweite Teil der liebste Teil ist und ja. In meinem Let's Play Plan Video vom letzten Jahr war ja auch Golden Sun 1 für dieses Jahr geplant, aber ich weiß halt nicht mehr inwie fern ich das jetzt noch schaffe mit dieser einen Pause, dieser langen Pause jetzt, die jetzt hier halt da war. Aber mal gucken. Ich habe halt noch genug anderes, was ich vorher spielen möchte, deswegen mal gucken, wann Golden Sun kommt. Aber es kommt definitiv. Bevor ich diesen Kanal hier beende, irgendwann will ich Golden Sun auf den Kanal gebracht haben. Sowieso, ein Kanalende steht noch lange nicht aus. Dass ich diesen Kanal ja aufhöre, da müsste schon irgendwas Schlimmes passieren, weil es macht mir halt noch mega viel Spaß hier aufzunehmen. Jetzt, wo ich auch wieder aufnehme, macht es noch wieder viel Spaß. Ich brauche zwar die Pause mal, aber trotzdem macht es mir wieder viel Spaß hier aufzunehmen. Und ja, deswegen, deswegen werde ich wohl allzu schnell nicht aufhören mit YouTube. Aber trotzdem ist Golden Sun halt so ein Spiel, was ich definitiv bringen möchte, bevor ich irgendwann diesen Kanal beende aus Earthbound. Genau wie Earthbound ist auch so ein Spiel, was ich definitiv verbringen möchte, bevor ich den Kanal beende. Einfach, weil Earthbound halt auch sehr gut sein soll und so. Aber ich habe ja im letzten Part sogar drüber geredet. Ich weiß halt nicht, ob ich Earthbound für mich blind let's playen möchte. Äh, äh, doch, blind let's playen möchte. Oder erst mal für mich selbst eben spiele. Aber bevor ich Earthbound spiele, spiele ich erst einmal da eins, was halt ein relativ kurzes Spiel ist, aber trotzdem, es ist halt nett, es ist echt, es ist halt das, was Earthbound, äh, macht, bloß ein bisschen abgespeckter und, ähm, ja, interessanter, äh, nicht interessanter, sondern einfach irgendwie abgespeckter und halt 8-Bit, aber halt nicht unbedingt uninteressanter als Earthbound, das wollte ich sagen. Es ist schon ein cooles Spiel irgendwie. Ich habe es ja selbst schon gespielt, ich mag es ganz gern und das meine ich halt nur so. Es ist schon ein nettes Spiel und hier haben wir die junge Samus Interessant, wahrscheinlich. Ich würde jetzt spontan auf other M tippen, aber ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich ihn lassen. Ich würde spontan auf other M tippen, dass sie da rauskommt, aber ich weiß es nicht. Ach, muss ich auch alles mal spielen. Es gibt noch so viel, was ich spielen möchte. Bei, 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 bei other M streiten sich ja auch die Geister. Ich habe halt viele Stimmen gehört, die other M scheiße finden, weil es halt nicht das klassische Match ist, aber halt auch viele, die es richtig gut finden, weil es eben nochmal viel mehr Story gibt als die anderen Spiele. Man erfährt halt was, ich glaube, man erfährt sogar was zu jungen Samus und alles. Also, aber M ist halt schon, ich würde schon sagen, es ist relativ interessant irgendwie. Auch so von dem, was ich bisher gesehen habe, sieht es ganz nett aus irgendwie, aber ich muss es selbst spielen, um mir ein richtiges Bild zu machen zu können. Wie eigentlich auch jedes Spiel. Immer selbst spielen, bevor man irgendwie drüber urteilt oder so, keine Ahnung. Chibirobo ist ja auch eine relativ interessante Serie irgendwie, ähm, die von vielen, ja, ich weiß nicht, ähm, nicht unbedingt ernst genommen wird, sag ich mal. Ist ja auch sowas ähnliches wie ein Jump'n'Run, glaube ich. es gab mal irgendwie ein 3DS-Teil, der halt so ein 2D-Jump'Run war und das war ganz interessant. Es gab auch schon viele andere Spiele, ich glaube auch für ein Gamecube und so, also, ist schon eine Serie mit Geschichte. Aber habe ich halt, habe ich halt selbst nie gespielt oder so. Aber ist halt schon ganz spannend. und da mal Jeff. Okay, äh, wie machen wir jetzt weiter? Wo machen wir jetzt weiter? Vielleicht mal ja drüben wieder ein bisschen. Oh, Pickma. Ja, hier sind ja die ganzen bösen Geister. Ich meine, ich habe zwar, ähm, nie in Star Fox wirklich gespielt, aber bei ihm weiß man ja, dass er einfach böse ist. Das, das, das weiß man einfach. Ist halt, ist halt Fakt. Wobei, ich, ich habe, ähm, Star Fox 1 gespielt gehabt, so ein bisschen. Auf dem SNES Mini. Ah ja, aber mehr auch nicht. Die Musik ist cool. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, was Star Fox Adventures so gut sein soll, weil es halt so ähnlich wie Zelda ist. Also halt kein klassisches Star Fox. Und ich glaube, der Lieblingsteil von den meisten Leuten ist halt der 64 Teil, den es auf den 3DS gibt, glaube ich. Aber, es gab hier auch Star Fox Zero, äh, das hieß auch Zero, oder, für die Wii U, was ja ein relativ großer Reinfall war, weil man eben so zum Gamepad gezwungen war und das hat halt, äh, vielen, Wänkel Snake, okay, hat halt vielen sauer aufgestoßen, weil das ein bisschen genervt hat. Ich habe es nur, ähm, ein Video dazu gesehen gehabt und das sah halt auch ein bisschen anstrengend aus. Äh, weil, in dem Video konnte man halt nicht sehen, was auf dem Gamepad passiert. Aber wenn das Spiel eben ständig wechselt zwischen Gamepad und, ähm, und, wow, warum das hier so viele Snakes? Wenn das Spiel halt ständig wechselt zwischen Gamepad und, ähm, Fernsehbildschirm, stelle ich mir das schon nervig vor. Weil es halt wirklich irgendwie den Spielfluss so ein bisschen stört. Aber was soll's. Es ist trotzdem ganz nett gewesen, sag ich mal. Es war auch quasi, soweit ich das weiß, so ein bisschen auch, ähm, mit von der, von der Optik her und von dem Levelaufbau her mit an die, ähm, an Star Fox 64 angelehnt. Zumindest so am Anfang. Habe ich zumindest von Leuten gehört, die sich mit der Materie ausgähnen. Keine Ahnung, irgendwie weiter stimmt, aber ich glaube, ja. Egal, ähm, ist jedenfalls eine interessante Serie, der ich irgendwann mal eine Chance geben werde. Vielleicht, wenn ein neuer Teil für die Switch kommen sollte. Keine Ahnung. Wenn überhaupt. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, irgendwie Fan Nintendo sowas wie Star Fox und, ähm, auch, ähm, auch, auch Dings. F-Zero noch am Leben erhält. F-Zero, der jetzt quasi, eine Ablöse bekommen mit, äh, Fast, wie, wie, wie heißt das? Dieses eine F-Zero-ähnliches Spiel. Fast Racing Neo oder so. Hieß das nicht irgendwie so? Irgendwie sowas in der Richtung. Wo es ja auch einen Switch-Port, glaube ich, gab. Oder einen zweiten Teil oder irgendwie sowas in der Art. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber es jedenfalls ursprünglich für die Wii U rauskam. Und, ähm, ja. Da weiß ich nicht, inwiefern Nintendo da jetzt noch ihre eigenen F-Zero-Spiele machen wird, wenn sie halt sowas haben, was wie F-Zero ist. Das ist doch, glaube ich, sogar auch Nintendo-Exklusiv, diese Reihe, glaube ich zumindest. Deswegen, ich weiß nicht, wie das, wie das so wird. So, Garon aus Fire Emblem. Oh, die Fates-Musik. Sehr, sehr cool. Ich mag halt... Ich habe schon oft gesagt, ich bin nicht der größte Freund von Fates, aber trotzdem ist das Soundtrack großartig. Ich werde da nicht wieder auf Fates rumreiten. Das passt natürlich, Gandalf. Falls Garon allein vom Aussehen her. Aber Garon war für mich auch kein guter Antagonist. Um das mal, ähm, um das mal so anzumerken. Also, Garon... Ich will jetzt auch nichts spoilern, aber trotzdem. Ich sage einfach mal, Garon war kein guter Antagonist. Und wer es wissen möchte, kann mich ja in den Kommentaren fragen, warum ich so denke. Und dann sage ich schon mal an alle, die jetzt die Kommentare lesen, eventuelle Spoiler-Warnung. So. Genau. Aber ja, ich bin einfach Garon war halt nicht wirklich ein guter Antagonist. Aber trotzdem irgendwie... ganz interessant, dass sein Geist hier vorkommt. Ball. Alles klar. Warum... Warum ist der Ball von... Oder der... Der Ball Game & Watch, ähm... bei den bösen Leuten? Ist der so schwer gewesen, dass alle ihn gehasst haben, oder was? Ich habe keine Ahnung. Game & Watch ist ja eh so eine spannende Sache. Also, ich finde das wirklich... Was es da alles für Variationen gibt und so. Ich finde auch die Musik total cool von Game & Watch. Aber ja, das ist halt wirklich irgendwie interessant. Und hier, das soll ja jetzt die Bälle sein, oder was? Hier haben wir Mr. Game & Watch, der ist mit denen jongliert. Und Kirby, Pummelov und Pac-Man sind scheinbar seine Bälle oder so. Keine Ahnung. Weil das ist ja das Beispiel. Da jongliert er ja irgendwie. Ich habe halt auch nie irgendwas von Game & Watch gespielt, muss ich sagen. Irgendwie eine Schande, aber irgendwie ja. Halt auch nicht. Das ist ja schon ganz interessant irgendwie. Phosphora, wo kommst du denn her? Keine Ahnung. Also, da oben sehen wir schon Darth Tentakel, oder was auch immer das ist. Madama Butterfly aus Bayonetta wahrscheinlich. Interessant. Was auch immer mit ihr los ist. Und wer auch immer das vor allem ist. Will ich ja eigentlich auch dieses Jahr noch spielen, Bayonetta. Betone ich doch eigentlich. Ich weiß halt nicht, wie ich es noch schaffe. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Aber es ist eigentlich auf meiner Definitivliste für dieses Jahr noch Bayonetta 1 zumindest. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich die Switch-Version spielen. Und ich freue mich da auch schon drauf, weil ich ja von Bayonetta echt richtig viel Gutes gehört habe. Vor allem von Teil 1. Teil 2 soll scheinbar, also ich habe es zumindest so gehört, actionlastiger sein und so und viel mehr noch auf krasse Inszenierungen legen, aber insgesamt nicht mehr so gut wie Teil 1. Habe ich zumindest gehört. Was passiert hier gerade? What the fuck? Nein! Oh! Oh, ja, ich konnte nicht mehr weg. Bayonetta, du bist böse, weißt du das? Ich lasse mich darauf bei Bayonetta ein, ohne irgendwie diese Vorurteile von anderen Leuten gehört zu haben. Ich blende die aus meinem Kopf aus und will es halt selbst für mich spielen und selbst rausfinden, welcher Teil mir besser gefällt. rein von der Optik her, von dem, was ich bisher so gesehen habe, würde ich sagen, Teil 2, aber ich kenne es halt nicht. Ich weiß nicht, wie das Gameplay ist und so, deswegen, ich will jetzt hier keine vorliegenden Entschlüsse ziehen, aber so, allein von dem, was ich gesehen habe, Teil 2, besser gefallen, aber ich habe halt so ziemlich nichts gesehen. Nur ein bisschen Gameplay halt, so ein paar Sequenzen, keine Ahnung. Mehr halt auch nicht, deswegen, ich will jetzt nicht irgendwie hier voreilig irgendwas sagen. Am Ende finde ich dann doch Teil 1 viel besser und alles, deswegen, oh, ich hasse dich so sehr bei mir, ich will jetzt hier nicht irgendwie voreilig irgendwas sagen. So. Jetzt komm her und stirb. Nein! Stirb bitte. Oh Gott, Hilfe. Ich treffe, okay, ich würde gerade sagen, ich treffe sie nicht, aber ich habe dann schlussendlich doch getroffen. Sie hat ja gerade voll den leidenden, äh, Gesichtsausdruck. Habe ich gerade richtig gesehen, dass die Giftheilung hat. Das heißt, wenn ich das aktiviere, in einer Giftstage, heilt mich das Gift oder was? Das ist ja spannend. Ich würde sagen, ein Geist, ach man noch für heute und zwar, Borsa als Bräutigam, Aus Mario Odyssey, logischerweise. Ich fand Mario Odyssey echt ganz cool. Ich habe es zwar bisher noch nicht zu 100% durchgespielt, aber ich habe das Finale gesehen. Einfach auf Peach aufpassen als Tier oder was? Ich habe das Finale gesehen, ich weiß, wie das Spiel aus, also ich habe auch gespielt, ich habe auch selbst gespielt, das Finale. Ich bin auch in den Welten, die es noch dazu gibt, nach dem Finale eben, also dem angeblichen Finale. Ich weiß, was noch alles so kommt, aber ich habe es eben nicht mehr weitergespielt, weil ich weiß auch nicht, irgendwie, und tschüss, irgendwie ist es mir halt zu viel Inhalt einfach. Also es gibt mir zu viele Monde, die haben es einfach komplett übertrieben, finde ich. Deswegen hatte ich irgendwann keine wirklich Lust mehr. Ich werde es noch irgendwann durchspielen. Ich mag es echt gerne, aber irgendwie ist es halt auch so ein bisschen zu viel. Too much, wie auch immer. So. Jetzt machen wir noch einen Geist auf der guten Seite und dann beende ich den Part wirklich. Was ist eigentlich hier los? Ach, ist es baum. Das mache ich noch einen Geist auf der guten Seite und dann beende ich den Part wirklich. Okay, man kann ja nicht sehen, welche Geister man schon besiegt hat. Das hat mich jetzt mal interessiert, weil wir haben es halt sehr, ja, kreuz und quer gemacht. Ich habe keine richtigen Routen genommen, deswegen wird das hier spannend, nochmal alles abzulaufen, und ich noch irgendwo Geister vergessen habe. In einen nächsten Parts dann, aber das wird alles noch. Da haben wir noch Zeit für. Ich bin gespannt, wie viele Parts ich für den Modus noch brauchen werde. Aber ja, wenn wir den Modus dann durch haben, ist das LP fast vorbei. Dann will ich noch einen Part machen, wo ich den Turniermodus zeige und noch einen Part, wo ich irgendwas würde ich noch zeigen, aus den Singleplayer-Sachen in einem einzelnen Part. Und dann halt noch ein Part, wo ich noch so ein bisschen andere Modi zeige und so. Mal gucken, was es alles noch gibt. Also es ist nicht mehr so lang. Und noch ein Part, wo ich so in die Truhe reinschaue, was wir alles freigespielt haben an Sachen und so. Deswegen, es kommt noch einiges. Aber das war's für heute erstmal. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ciao. Euer V-World. Tschüss.